Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12779 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir haben uns erst in der letzten Woche kennengelernt. Trotzdem glauben wir, dass wir gut zusammenpassen. Wir haben uns erst in der letzten Woche kennengelernt. Trotzdem glauben wir, dass wir gut zusammenpassen. Wir haben uns erst in der letzten Woche kennengelernt. Trotzdem glauben wir, dass wir gut zusammenpassen. Kannst du bitte die Schubkarre zum Komposthaus? Kannst du bitte die Schubkarre zum Komposthaufen bringen? Kannst du bitte die Schubkarre zum Komposthaufen bringen? Zur Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft ist die Entwicklung einer neuen Strategie erforderlich. Zur Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft ist die Entwicklung einer neuen Strategie erforderlich. Fleischbällchen in Tomatensauce sind eine beliebte Wahl für das Mittagessen, besonders bei Kindern. Fleischbällchen in Tomatensauce sind eine beliebte Wahl für das Mittagessen, besonders bei Kindern. Ich bringe die bestellten Lebensmittel. Lebensmittel. Es ist alles in der Tüte. Ich bringe die bestellten Lebensmittel. Es ist alles in der Tüte. Ich bringe die bestellten Lebensmittel. Es ist alles in der Tüte. Ich habe alles vorbereitet. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich zu langsam bin. Er war ein liebenswerter, intelligenter Großvater, von dem ich viel gelernt habe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bringe die Bedeutung. Es ist alles in der Tüte. Vielen Dank.